Das ist eine Reportage über zwei Solarium-Süchtige. Und das sieht einfach nicht gesund aus. Michaela und Davy tun alles, um noch dunkler zu werden. Bloß nie wieder blass. Was habt ihr denn gegen weiße Haut? Oh, da sehen wir echt schlimm aus. Das war ganz am Anfang. Ich bin froh, dass wir so nicht mehr aussehen. Das ist total ungesund. Ja, total ungesund. Guck mal, wie schlimm ihr dort aussah. Das ist überhaupt gar kein Vergleich zu jetzt. Hautfarbe Karotte. Bis zu vier Mal pro Woche lässt sich das Pärchen von der künstlichen Sonne braten. Eigentlich ein Dreamteam. Beide Anfang 20. Anfang 20. Sieht aber so aus wie Ende 20. Falls ihr altern wollt, geht ins Solarium. Doch das viele Geld schreckt die Solarium-Süchtigen nicht ab, stecken die beiden Sonnenanbeter mehrere tausend Euro im Jahr in ihren dunklen Term. Stellt euch mal vor, ihr bezahlt mehrere tausend Euro, nur um dann noch eure Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Naja, jeder so wie er möchte. Ich muss aber in dem Moment vergessen, weil man einfach sieht, dass es im Nachhinein schön aussieht. Was hast du gesagt? Dass es im Nachhinein schön aussieht. Was nochmal? Schön aussieht. Achso, jetzt hab ich's verstanden. Hinterlasst ein Abo.